Das Schloss von Schwartzenburg So eine Aussicht auf die Bärner Alpen und Schwartzenburg Da hinten sind die Freiburg-Raten Übrigens, heute bin ich nicht alleine unterwegs Roland Tonnen begeistert mich Da vorne sehen wir die Grasburg Das ist die grösste oder rechterhaltene Ruine im Kanton Bern Da unten sehen wir jetzt die Sense Wir befinden uns hier auf der Grasburg oben Das ist wie gesagt die grösste Anlage hier im Kanton Bern Noch ein riesiger Bau da vorhanden Das ist auch ganz eine wunderbare Lage da oben Da sieht man jetzt noch den hinteren Teil von der Burg Das ist wirklich eine riesengroße Anlage So, da haben wir jetzt noch von unten eine Aufnahme von der Grasburg Ganz romantisch da unten So, da sind wir jetzt ganz unten an der Sense Mit der Brücke da, die alte Brücke Hier sehen wir dann noch ein Bild Hier sehen wir dann noch ein Bild Die Sense runter Hier ist der Paris-Steg 1897 gebaut So, da sind wir im Dorf Alben angekommen Das einzige Dorf, das wir heute durchqueren Da sieht man die ganze Albenkette Das ist richtig Freiburger Alben Heute sind da sogar noch Kühe draussen Da hinten der Jura Das ist ganz, ganz weit Das Jura Das Schassrall da unten Das ist ganz schön Da oben Diese Fernsicht Sehr, sehr schön Da vorne Die Kiste schwarze Sehr schön Da sieht man jetzt wieder schön ins Tal unten Und da hier vorne Wo man noch zum Teil die Abdeckung sieht im Tal unten Dort ist unser Ziel Aber zuerst müssen wir da ganz in das Tal runter Da sieht man jetzt noch gerade eine Bahn Die nach Schwarzenburg fährt Noch einmal einen Blick in den Jura Ein interessanter Abstieg Wenn wir da Geht steil runter In die Klamm Das ist der Sandweg aus Sandstein Das ist der Sandweg aus Sandstein Jetzt fängt der Stelle wieder an der Sense unten Da oben sieht man die Schwarzwasserbrücke Und im Grunde kommt die Schwarzwasser in die Sense rein Ich glaube die Brücke fährt jetzt gerade ein Zug ab Richtung Bern Schön da So, da sieht man jetzt unsere Brücke wo wir jetzt dann drüber gehen Und da vorne die beiden Schwarzwasserbrücken für die Strassen und die Bahn Und da oben die Sense runter die Brücke und da oben und da oben schön da drüber Bisschen Schauknölen aber das macht nichts Musik 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 Hier vorne sieht man jetzt noch die alten Brücke, die alten Schwarzwasserbrücke. So eben ist ein Zug nach Bern eingefahren, das ist auch unsere Endstation, das ist die Schwarzwasserbrücke und hier noch der Beweis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017